Ja, also die Wurzelkanalbehandlung wird bei Infektionen des Zahnnervs notwendig. Diese könnte zum Beispiel durch eine sehr tiefe Karies entstehen oder durch Absterben des Zahnnervs infolge eines Traumas. Die Wurzelkanalbehandlung ist die Behandlung, die dem Patienten am meisten Unruhe bereitet. Dabei ist heutzutage eine völlig schmerzfreie Behandlung möglich. Dank der neuen Techniken, über die wir verfügen, haben wir sehr gute Chancen, die Zähne zu erhalten.